Ich habe mich nicht aufgenommen, bereits zwei Tiere abgeht, Und der Kami... ...39 von 50. findest du den haarschnitt von karen nicht auch hinreißen die dame die bei kugelfisch arbeit das bin ich habe das gemacht stellst du zu feilchen das ist die schlimmste aller blumen ein kleiner tipp verschenkt sowas nicht also ein feilchen verkaufen da bist du tippa einige meiner besten arbeiten stammen aus meinen dunklen tagen irgendwie ist es anscheinend leichter für mich etwas zu erschaffen wenn ich zu tode betrübt ich bin im sommer gelingt das selten pulpe das ist großartig danke ihnen kann ich meine axt holen wir haben unsere bronze axt so wie kann ich nicht wie kann ich sie nicht einen einen im einen einen Und unsere Rüberen uns nicht abgesteckt. Und Apfenkäfer. Ich weiß nicht, ob ich den schon haben muss. Eine schöne kalte Milch klingt gut, aber die sollte ich vielleicht nicht trinken. Sie verdiebt mir den Magen und mein Tag hat doch gerade erst angefangen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht trinken kann. Bekleiderladen. Aufgepasst Leute, die Kunden werden jeden Moment eintrudeln. Bumbi, du hast mich überrascht. Ich habe dich gerade wirklich nicht kommen hören. Ja, wir haben die schäbige Bude abgerissen. Hoffentlich vermisst sie niemand. Damals war ich nicht einmal sicher, ob ich Kunden in meinem Laden bekommen würde. Die Lage war sehr schwierig. Aber ich habe jetzt gesehen, wie die Stadt langsam wieder auf die Beine kommt. Ich glaube wirklich, dass dies der richtige Zeitpunkt ist. Also Bumbi, willkommen im echten Wabanana. Wenn dir etwas gefällt, lass es uns einfach wissen. Unser Personal ist immer bereit zu helfen. Viel Spaß beim Einkaufen. Nimm die Zeit und keine Sorgen. Wir haben jetzt eine Umkleidekabine. Hehehe. Ich liebe es für euch. wie machst es erstmal... Aber dem Monatきます. Wie ist es denn klar? Aber am Endeugierenden Kinder. Bekla threat sehen Sie auch. Opt saints Darrin. Doh alligator. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, warte, warte Wir haben andere Prios Die Sonne haben wir heute so richtig vom Himmel Wie soll ich bei diesen Bedingungen los arbeiten? Ich will immer zu sein Die Reis hält 4-5 Jahre und ist sehr sättigend Also habe ich immer ein paar Küsten davon in meinem Bus Und kaufeln Und kaufeln, warte, warte Und kaufeln 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 Das war's für heute. 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 Ich habe gehört, du hättest in einer grossen Stadt gearbeitet, bevor du Farmer geworden bist. Das war's für heute. 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 Dennoch zu retten Sporn, Ben. Vielen Dank, mein Freund. Nice. Ist tätig. Und zwar an zu Egoo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017